Hallo Herr Jörg Uwe. Jens Uwe. Wir haben ja jetzt wieder ein neues Jahr und wie haben Sie denn Weihnachten so verbracht? Naja, es war ganz gut, aber wissen Sie, mit den Christbomen hatten wir einen Ärger nicht. Das war Wahnsinn. So ein riesengroßes schwuppsches Ding. Da war oben alles verbogen und da habe ich bei mir oben drüber gefragt, ob die vielleicht mal ein Loch in die Decke machen. Da hätten die auch gleich ihren Baum gehabt, aber das wollten die nicht. Das war blöde gelaufen. Hatten Sie da einen Ständer? Nee, das sieht bei der Hose immer so aus.